Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Als ich auf Letterboxd nach dem Film gesucht habe, den wir jetzt besprechen, ist mir aufgefallen, es gibt absurd viele Filme mit dem Titel Brothers. Jetzt bin ich gleich erstmal gespannt, ob Stu, mit dem ich den Film jetzt bespreche, auch den richtigen Brothers geguckt hat. Hallo! Hallöchen! Ja, wir reden doch jetzt schon über den Film Brothers mit Tobey Maguire und Jack Gyllenhaal, oder? Ja, so ein richtig hartes, posttraumatisches Belastungsdrama von einem Soldaten, das klingt nach dem Film, über den wir sprechen. Dafür war er überraschend witzig. Ich bin Johannes, genau, du bist Stu. Genau. Wir reden über Brothers, der dieses Jahr auf Prime Video gestartet ist, und zwar seit dem 17. Oktober. Könnt ihr euch den dort angucken. Regie geführt hat Max Barbarkopf, den kennt vielleicht vom Namen her nicht jeder, aber bestimmt dann ganz viele Palm Springs gesehen. Stu, hast du Palm Springs gesehen? Mehr als einmal. Ich habe Palm Springs wirklich sehr hart abgefeiert und war, also ich wusste, dass Brothers existiert, aber ich war dann schon ein bisschen überrascht, als ich dann bei Just to Watch einfach mal gesehen habe, ach, sein neuer Film ist ja auf Prime Video. Das wäre mir sonst komplett in Gang. Deswegen war ich auch ein bisschen sauer auf Prime Video. Böses Prime Video. Böse. Die haben eine ganz komische Marketing-Strategie von diesen Shadow Drops, wo Filme von bekannten Leuten, mit bekannten Leuten einfach da sind. Ja. Also, ich meine, sie haben es vorher angekündigt, es gab auch einen Trailer, der, glaube ich, vor zwei, drei Wochen erschienen ist. Aber gerade, wenn man es mal vergleicht, wie Netflix ihre Sachen bewirbt, die es auch nicht optimal machen, Gott bewahre. Aber ich war schon ein bisschen, also ganz ehrlich, schockiert, dass du so einen Film mit so einer Besetzung vor allem wirklich ja Shadow Drops, das war so eine Sache, wo ich dachte, okay. Aber das machen sie ja wirklich ganz häufig. Hier, hast du ja auch jetzt besprochen, diese Eifersucht, da hast du ja auch so einen John Gordon-Lavitt und eine Shandine Woodley und der kam ja wirklich auch komplett einfach mal so. Es ist völlig kurios. Ich bin natürlich auch Fan von Palm Spring. Es ist ein Film, Achtung, Pun intended, bei dem man nicht das Gefühl hat, dass viel Zeit vergeht. Johannes, 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 da merkt man einfach, dass du ein Profi bist. Ja, gebe ich dir absolut recht. Das war ja so ein Zeitschleifenfilm mit Andy Samberg und Christine Miliotti und J.K. Simmons war auch mit dabei. Und ich finde halt, dass so die Thematik Zeitschleife ist auch, seien wir mal ehrlich, ein bisschen ausgenutscht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle Zeitschleifenfilme, aber ich würde sagen, wenn jetzt ein Film mit Zeitschleifenthematik im Endeffekt kommt, schreie ich nicht, oh, mal wieder Zeitschleife. Aber Palm Springs, obwohl er im Grunde nicht wirklich viel neu gemacht hat, wirkte aber erfrischend. Also den habe ich mir auch wirklich gerne mehrfach angesehen. Und das war auch so ein Film, wenn ich bei Freunden war und wir machen Filmabend, dann habe ich den immer so in die Runde geworfen, weil du hast es schon gesagt, der ist kurzweilig und der macht Spaß. Und ich habe deswegen auch gehofft, dass Brothers in eine ähnliche Kerbe schlägt. Genau, das besprechen wir. Die Hauptrollen spielen Josh Brolin und Peter Dinklage. Und man sieht außerdem noch in größeren Nebenrollen Glenn Close und Brandon Fraser. Jetzt haben wir schon festgestellt, Brothers, es gibt sehr, sehr viele Filme mit diesem Titel. Worum geht es denn in diesem Film, Stu? Ja, es geht um zwei Soldaten, nein Quatsch. Es geht um die Brüder Moog und J.D. Munger, die eine Mutter haben, die, seien wir ehrlich, die wird nicht die Auszeichnung Mutter des Jahres bekommen. Die lässt die Jungs nämlich im Teenager-Alter einfach mal zurück. Und leider, weil sie nichts anderes kennengelernt haben, werden aus den beiden Jungs dann auch recht schnell Kriminelle, die sich vor allem darauf spezialisiert haben, Einbrüche durchzuführen. Jahre später bei einem dieser Einbrüche wird Peter Dinklage's Figur J.D. festgenommen, während Moog die Flucht gelingt. Und fünf Jahre später wird J.D. aus dem Knast entlassen und kehrt zurück zu Moog, der sich in der Zeit aber ein Leben aufgebaut hat mit einer schwangeren Frau. Und leider aber das Problem hat, dass er gerade seinen Job verloren hat. Und da kommt es gerade recht, dass J.D. einen ganz, ganz großen Coup hat, der auch was mit der Mutter zu tun hat und einer Hand von vermissten Edelsteinen. Wunderbar. Jetzt muss ich erst mal fragen, weil, das betonst du immer wieder, dass ich nicht so alt bin wie du, auch wenn ich schon über 30 bin. Er ist doch ein Kind. Ich habe natürlich einen gewissen Film über zwei ungleiche Zwillinge nicht geguckt, aber ich bin mir ganz sicher, dass du den Film mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger geguckt hast, oder? Ja, und ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe diesem Film in meinem Leben, glaube ich, dreimal oder viermal eine Chance gegeben. Einmal, als ich ganz jung war, einmal im Teenageralter und das letzte Mal, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren. Ich finde den nicht so gut, Twins. Ich finde den wirklich nicht so gut. Der ist sympathisch, der ist charmant, aber ich finde den einfach nicht sonderlich witzig. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, wenn ich die Wahl habe zwischen Brothers und Twins, würde ich mich tatsächlich sehr deutlich bei Team Brother positionieren. Oder Brothers. Uh, okay, spannend. Fangen wir vielleicht mal bei den großen Namen an. Josh Brolin und Peter Dinklage spielen die ungleichen Brüder, wo man im ersten Moment natürlich nicht denkt, dass sie Zwillinge sind, was auch wohl gar nicht so häufig der Gag in dem Film war. Aber wie haben die beiden dir denn gefallen als Brüder? Also ich habe im Vorfeld ja schon mitgenommen, dass der Film nicht unbedingt so gut rezipiert wird. Was ich verstehen kann. Was ich aber vollumfänglich und je für der Zeit verteidigen würde bei Brothers und das wirklich mit Vehemenz ist, dass dieser Film vor allem durch die Chemie und das Zusammenspiel und vor allem die Spiellaune von Josh Brolin und Peter Dinklage lebt. Das ist für mich wirklich die Paradedisziplin von Brothers. Da glänzt der, da ist der Film wirklich für mich ein Riesenhit. Also Josh Brolin und Peter Dinklage, ich habe die beiden wirklich nicht mehr mit so einer Spielfreude agieren sehen seit sehr langer Zeit. Das ging mir ähnlich, auch wenn ich gerade überlegen muss, wann die mal nicht mit Spielfreude gespielt haben. Ja, aber es wirkte also ums, ich möchte nicht sagen, dass Josh Brolin in Dune 2 schlecht war. Gott bewahren, das bitte nicht. Aber ich hatte bei Brothers immer das Gefühl, die haben da jetzt Bock drauf. Die machen das nicht für das Geld, die machen das, weil es Spaß macht. Ich finde halt eben diese Spielfreude. Die haben auch wirklich Bock, das zu spielen. Vor allem, weil Josh Brolin ja, ich möchte nicht sagen, festgefahren ist, aber der spielt hier normalerweise immer sehr ernste Rollen. Dune, Sicario etc. pp. Und bei Brothers, der wirkt halt so knuddelig, so liebenswert, so ein bisschen tump, aber er ist auch nicht komplett blöde. Der ist unglaublich charismatisch und vor allem sympathisch in dieser Rolle. Und so eine Art von Rolle, ich habe den echt lange nicht mehr so gesehen. Und das fand ich toll. Das stimmt, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Also ich bin ein großer Fan von Man in Black 3, wo Josh Brolin ja den jüngeren Tom Lee Jones spielt. Und auch da, es spielt natürlich eine ernste Rolle, aber ich finde, da merkt man, der hat auf jeden Fall Comedy-Potenzial. Und ich finde auch, das wird hier genutzt. Ich bin beide, ich habe so das Gefühl, die hatten, glaube ich, Spaß am Set. Ob der Film jetzt am Ende gelungen ist, da kommen wir dann gleich drauf. Aber ich finde auch, man merkt auf jeden Fall, die hat einen Spaß dabei. Ich finde, ähnlich gilt das auch für Brandon Frazier, der völlig frei dreht als ein, was ist er denn? Er ist Wärter in einem Gefängnis und schließt halt einen Deal mit J.D. ab und verfolgt die dann. Und der dreht ja völlig frei und ist wirklich so eine wandelnde Karikatur von dem inkompetenten Cop mit dem übermächtigen Vater. Und also es ist super platt, aber es, muss ich sagen, hat schon mal funktioniert. Ja. Also Brandon Frazier, gebe ich dir auch komplett recht, der dreht frei. Der ist auch, also, der Film ist komplett überzeichnet. Ich finde aber, die Brüder an sich sind nicht die überzeichnetesten Rollen. Also den Titel hat ganz klar Brad and Frazier, weil jedes Mal, wenn er auftaucht, hast du auch das Gefühl, da dreht die Komödie nochmal richtig am Rad. Es gibt einen Moment, wo er Peter Dinklischs Figur überrascht und mal eben so in die Badewanne schmeißt. Und das ist so ein Moment, wo ich auch so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil da so viel Schmackes plötzlich drin ist. Aber das hat mir irgendwie gefallen. Also der Film ist nicht durchgängig so überüberdreht, aber manchmal nimmt er es sich raus, wirklich den Regler halt auf elf zu drehen und ich muss da sagen, das hat mir schon gefallen. Ich fand gerade die finale Konfrontation, ist jetzt kein Spoiler, dass die nochmal aufeinandertreffen, wo so ein bisschen, könnte man sagen, Kaufhauskorb umgedreht wird. Ja. Die fand ich tatsächlich sehr lustig, wenn dann irgendwie so ein Streit losbricht und man, und alle irgendwie irritiert sind. Ja. Und das, das fand ich schon, das war unterhaltsam auf jeden Fall. Genau, da kommt auch diese Spielfreude halt eben raus, weil ganz ehrlich, Bretton Treasure, genau wie Josh Broe und Peter Dinklage, das sind jetzt keine Rollen, für die sie einen Oscar bekommen werden. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass die selbst gerade auch wirklich eine gute Zeit haben, als sie vor der Kamera standen. Und das ist schon viel wert. Ja. Ich finde, das gilt auch für Glenn Close und Marisa Tomei, die eine kleinere Rolle spielt. Auch wenn ich sagen muss, ich fand die Figuren ein bisschen lustig. Lust. Ja, ich würde auch sagen, sobald, und nichts gegen Glenn Close, aber sobald die Mutterfigur nach einer Lenkung und Pause wieder in den Film hineintritt, verliert der Film auch für mich so ein bisschen an Drive. Vielleicht auch, weil der Film dann so ein bisschen den Fokus weg von den Brüdern verschiebt und ein größeres Ding aufmacht, eine größere Erzählung. Das fand ich ein bisschen schade. Es ist jetzt verkraftbar gewesen. Aber ja, ich finde, Glenn Close ist auch toll, aber ich weiß nicht, warum, sobald die Mutter halt auftaucht, da verliert Brothers für mich so ein klein bisschen an Drive. Ja, es geht mir auch so. Ich bin, also ich habe ganz viel mit ihr nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen, sie spielt fast die gleiche Rolle wie in Guardians of the Galaxy. Also ein bisschen diese abgefuckte, ältere Dame halt. Oh, ich habe jetzt, ach ja schon, die war im ersten Guardians of the Galaxy. Das habe ich komplett vergessen. Ja, da spielt sie irgendwie die Ministerin oder sowas, was natürlich irgendwie absurd ist, dass ich jetzt eine Ministerin mit einer kriminellen Mutter vergleiche. Aber irgendwie dieses so, so cool sein und so ein bisschen durch. Ja, ich muss halt sagen, Glenn Close verbinde ich halt in den letzten Jahren so mit Netflix-Filmen, die darauf pochen, Oscar zu bekommen. Also hier, Hillbilly Elegy war sie mit dabei oder zuletzt in diesem komischen Ektarismus-Film, den ich mit Kollege Zero besprochen habe, Deliverance. Das ist eine tolle Schauspielerin. Sie wird ja immer so ein bisschen bösewilligerweise auch immer so, als die Meryl Streep aus der zweiten Reihe bezeichnen. Sie hat auch noch keinen Oscar und hier wird sie auch definitiv keine Oscar-Nemunierung für bekommen. Aber auch sie wirkte so ein bisschen, also dass sie so ein bisschen freispielt und sie auch diesen Wahnsinn ihrer Figur auch so ein bisschen umarmt. Und natürlich, seien wir ehrlich, das Ende von Brothers, wir wissen nach Minute drei, wie es enden wird. Das ist auch kein Problem. Aber ich fand es dann noch ganz schön, dass ihre Figur wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr unsympathisch bleibt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das stimmt. Kleines Highlight für mich noch waren tatsächlich, es gibt am Anfang, so beginnt der Film, eine Szene, wo wir halt die Teenies, also die beiden Brüder als Teenies sehen. Und da hatte ich auch mit der Familie, wie das inszeniert wurde und dann auch mit dem Vorspann des Films, ich hatte so ein bisschen Malcolm in the Middle vibes. Weil es ja schon ein bisschen diese trashige Assi-Familie ist, die aber natürlich unglaublich sympathisch ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir mehr von diesen beiden Brüdern gewünscht, weil ich finde, die hatten in dieser kurzen Zeit eine richtig gute Dynamik. Total. Also nicht nur die beiden Brüder, das Ganze drumherum. Ja. Es gab da wirklich zu Beginn einen Moment, wo ich Pause gemacht habe, weil ich wirklich gelacht habe. Es war so ein Detail, aber es spielt halt ein Thanksgiving und da kommt halt eine Figur dazu und verabschiedet sich recht schnell wieder und was er sagt ist so und frohe Weihnachten noch. Das war großartig, wie das geliefert worden ist. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, der Film ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Ich glaube, der geht netto 90 Minuten, also es ist kein langer Film. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, wenn der noch 10 Minuten länger nur diese Vorgeschichte gehabt hätte, hätte mich nicht gestört. Hätte mir, glaube ich, sogar sehr gut gefallen. Ja, ich fand auch, die junge Glenn Close quasi, also die junge Mutter, die hat nur, gefühlt drei Sätze, aber die hat eine Präsenz gehabt, fand ich richtig gut. Vor allem, was sie da gut hinbekommen, wenn sie dann flüchtet und ihre beiden Jungs dann da vor ihr stehen und dann fragen, dürfen wir mitkommen? Und sie dann einfach ganz klar sagt so, nee. Und dann kommt aber kein Ausritt von wegen, ja, wisst ihr, das ist für Kinder nicht geeignet. Sie sagt einfach nur, ihr würdet mich nur stören. Und das ist auf der einen Seite halt unglaublich witzig, aber auf der anderen Seite denkst du auch so, boah, die armen Jungs. Also das war auch echt gut umgesetzt, fand ich. Das stimmt. So, Geschichte haben wir eigentlich abgehakt, weil es ist klar, was passiert, darum geht es auch nicht. Kommen wir mal zum Humor und ich glaube, eine Szene steht vielleicht relativ prototypisch für diesen Film und sie hat mit einem Urang-Utan zu tun. Ja. Ein Urang-Utan, wo man gleich sagen kann, ja Leute, er ist nicht perfekt animiert, wobei er ist auch nicht schlecht animiert, aber er ist animiert und das ist schon wichtig, dass das so ist, weil die Geschichten von Tierquellerei am Set sollten der Vergangenheit angehören. Das möchte ich hier nochmal kurz klar machen und die Szene fängt an und das war so der Moment, wo ich dachte, oh oh, das könnte jetzt echt richtig, richtig großartig werden, weil es einfach so absurd und bizarr und grotesk ist oder aber sie gehen jetzt in eine Richtung, wo der Film kippt und es war beides irgendwie. Also ich fand die Szene nicht so schlimm, wie sie hätte sein können, ich fand sie aber auch nicht so lustig. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber das war so für mich der Moment, wo der Film ganz knapp so am Abgrund entlang balanciert ist und dann nicht runtergefallen ist, aber es war kurz davor, weil da ging der Humor mir einfach dann noch fast schon ein bisschen zu sehr ins zu blödige. Ja, genau. Erstmal muss ich auch ganz kurz zum animierten Affen sagen, bin ich natürlich ganz bei dir, sowohl für den Affen als auch für Darsteller. Also ich hätte glaube ich Ultraschiss, wenn ich neben so einem echten riesigen Uran-Utan sitzen würde und ich muss sagen, also ich war beeindruckt, wie gut der hier aussieht, gerade für diesen Film. Also ich, also wenn man sich jetzt aktuelle, das ist jetzt irgendwie eine einfache Punchline, aber sorry, die MCU, das sieht beschissener aus. Ich finde gerade, wenn der sich nicht viel bewegt und in diesem etwas dunkleren Raum ist, die wissen einfach, wie die das eingesetzt haben. Und vor allem, weil Browas ja auch keine 300 Millionen Budget hatte, nehme ich mal an. Und dafür ist er wirklich, also ich finde, du siehst halt schon, dass er nicht echt ist, aber er sieht nicht aus wie jetzt die Affen im ersten Jumanji oder so. Das ist es jetzt nicht. Also sie haben das wirklich gut umgesetzt und gerade für so eine Art von Film, muss ich sagen, Chapeau, wirklich gut gemacht. Genau. Und dann dieser Humor, ich bin da bei dir, also ich hatte das, also irgendwie, das geht in so eine Richtung Movie 23. Ja. Und dieser wirklich unglaublich platte Fäkalhumor, der ja auch diese ganzen, also ne, was ja mal mit Scary Movie angefangen hat, aber dann völlig abgedriftet in diesen Schund ist wie Supermovie oder Meine Spartaner, ne, Meine Frau, die Spartaner und ich und so ein Schund. Aber der Film macht es dann und das macht er häufig, also ich finde es ganz komisch, der lässt irgendwie so die, der lässt die Punchline weg und zeigt die nicht und so wird der Film nicht ganz flach, gleichzeitig denken wir uns natürlich, was passiert und was passiert ist. Ja. Das ist schon clever, aber ich fand es auch nicht lustig, also es ist ganz komisch. Ich fand es auch nicht, also ich fand die Situation an sich zu Beginn echt wirklich amüsant. Da sitzt der arme Josh Brolin einfach auf dieser Couch und weiß gar nicht genau, wo er ist, während Peter Dinklage gerade mit Marissa Tomei im Schlafzimmer sich begnügt und dann kommt einfach ohne Vorwarnung ein Uran-Utan und setzt sich da hin und raucht eine Kippe. Das fand ich lustig. Das fand ich wirklich lustig, weil es so absurd ist und ich glaube, wenn sie es anders umgesetzt hätten oder anders erzählt hätten, dass der Uran-Utan einfach mit dem Fernseher guckt und einfach, dass es eine ganz normale Situation wäre, das fände ich, glaube ich, wirklich brüllend komisch. Aber dass der Uran-Utan dann versucht, dann mit ihm intim zu werden, das war dann auch so, wo ich denke, ja, das war so die, ja, Movie, war es 23 oder 43? Ich weiß gerade nicht. Oh, coole Frage. Wir wissen alle, um welchen Film es geht. Ja, genau. Der mit Hugh Jackman und dem Hoden im Gesicht, genau. Und wie gesagt, er ist wirklich da am Abgrund, balanciert er. Aber dadurch, dass er es final nicht zeigt, kriegt er nochmal die Kurve. Und ich glaube, ich verschmerze diese Szene einfach, weil der Anfang so toll ist. Einfach, wenn er da sitzt und dann kommt er in Uran-Utan einfach aus dem Nichts. Das, das weiß ich, sowas mag ich. Mehr Film mit Uran-Utans. Und auch da profitiert der Film halt von Josh Brolin, der halt wirklich, also dieses völlige so, was ist hier los? Also diese völlige Entgleisung nach dem Motto, wieso ist dieser Uran-Utan hier und was passiert mit mir jetzt? Und dann muss ich sagen, was dann tatsächlich gut funktioniert. Es gibt dann eine Szene, wo Peter Dinklage, Josh Brolin halt, Desinfektionsgel für die Hände gibt. Ja. Das ist dann irgendwie das gelungene Ende. Aber insgesamt, ich fand den Humor ganz komisch, weil der mich selten zum Lachen oder Schmunzeln gebracht hat. Ich weiß gar nicht, warum. Der ist so ein bisschen off der Humor. Ja. Also der ist ja nicht so auf richtige Gags aus und auf Pointen. Also ich musste so ein bisschen an Logan Lucky denken, was ja auch, wo es ja auch um ungleiche Brüder gibt, die auch einen Raub machen. Nur, dass das noch mehr ein Highs-Movie ist. Aber da hat es, also der spielte Adam Breyver so dumm, dass ich das zum Beispiel lustig fand. Ja. Ich glaube, ich habe einfach so ein Fäbel für diesen Off-Humor. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe durch ein, zwei Mal auch laut lachen müssen, aber ich gebe dir da schon recht, die meiste Zeit des Films saß ich da vor und fand ihn unterhaltsam und habe einfach Freude gehabt, die beim Spielen zuzugucken und habe so in mich reingelacht. Ja, es war so mehr ein introvertiertes Lachen. Und ich bin einfach ein Fan mit diesem Off-Humor und dieser, das haben wir gerade erwähnt, der Drehbuchautor ist ja Malcolm Blair, der ja auch diesen Fremd in der Welt gedreht hat, den es auf Netflix gibt, den ich auch sehr gut finde und der ja auch jetzt mit Peter Dinklisch diesen Toxic Avenger Remake gedreht hat, wo wir ja immer noch nicht sicher sind, ob der jemals erscheinen wird. Und der, der ist auch so ein Filmemacher für so abseitig absurde Filme, die so einen ganz bestimmten Ton haben, den ich mit Worten schwer beschreiben kann. Aber Off-Humor finde ich, das passt ganz gut da rein. Und in Kombination mit der Regie von Max Berberkopf, der ja wirklich auch gut weiß, wie man so Filme inszeniert, zumindest in den zwei, die ich jetzt gesehen habe, und vor allem es weiß, wie wichtig eine Chemie zwischen den Schauspielern ist, ist das ein Ergebnis, das mich nicht komplett begeistert, Gott bewahre, aber mich wirklich für 90 Minuten lang wirklich sehr, sehr gut bespaßt hat. Und man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet und ich habe es, glaube ich, in Netterbox auch so geschrieben, dieser Film wirkte auf mich halt wie so eine schöne schale Hühnersuppe, so Soulfood, wenn du so willst. Einfach was, was so den Geist nicht wirklich stimuliert, aber der Seele schmeichelt. Gott, das war tiefgründig, meine Güte. Wow, ich bin gerade völlig irritiert. Melkin Blair, der Drehbuchautor, der hat auch das Drehbuch zu Hold the Dark, also Wolfsnächte, von Jeremy Saulnier geschrieben. Und dann gucke ich und sehe das Gesicht und denke, Moment, das ist ja auch der Hauptdarsteller von Blue Ruin. Ja. Super weirde Kommi. Schreibst du das Drehbuch zu so einem harten Rache-Ding mit Jeremy Saulnier und dann schreibst du das Drehbuch zu Brothers. Was ist das für eine weirde Handbreite? Aber weißt du, was ich interessant finde? Melkin Blair und Jeremy Saulnier, ich finde, Brothers hat ein bisschen auch was von Rebel Rich. Weil auch Rebel Rich ja immer, du wartest ja auch bei Rebel Rich immer, dass es jetzt zur Eskalation kommt, zur Explosion. Ähnlich wie bei Brothers. Aber es passiert ja eigentlich fast kaum. Und irgendwie sind die, also ich sag's mal so, ist Brothers vielleicht der Rebel Rich des Humors? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Rebel Rich der cleverere Film ist, weil ich muss sagen, Brothers ist jetzt nicht irgendwie sonderlich clever. was ich ganz kurios fand beim Humor, es gibt mehrere Szenen, wo ich sagen würde, ein anderer Film hätte daraus mehr gemacht, weil es ganz viele Szenen zwischen den beiden Brüdern gibt, die man, finde ich, mit so Gags aufmachen könnte, dass die beiden keine Brüder sind, sondern Ehepaar. Also es gibt eine Szene, wo Josh Brolin nur in der Unterhose aus dem Hotelzimmer rauslennt und Peter Dinklage nur mit einem Handtuch bekleidet hinterherläuft. Es gibt eine Szene in einem Auto, wo die beiden aufeinander sitzen und so nah aneinander sind oder es gibt ganz viele solche Szenen und dann gibt es eine Szene, wo das nicht der Fall ist und dann kommt eine Frau aus einer Toilette und sagt, wann vögelt ihr denn endlich? Ja, aber es ist ja auch so ein Spiel mit der Erwartungshaltung. Rebel Rich. Genau, Rebel Rich. Und jetzt, ich stelle dir mal vor, du nimmst einfach die Figur von Bretton Fraser, dieser Officer Farfel und den setzt du mal mit Rebel Rich rein. Da wäre ich mal gespannt, was Aaron Pierre mit dem machen würde. Das würde ich mir, glaube ich, gerne angucken. Naja, aber, also, zurück zu Brothers. Ja, ich, ich habe das tatsächlich auch wahrgenommen und dachte, okay, sie, also sie lassen wirklich ein paar Gags liegen. Also, was heißt liegen lassen? Ich glaube, dass es dem Film gut tut, dass er es nicht tut, dass er zum Beispiel dauernd darauf rumreitet, was, ihr seid Brüder oder Zwillingsbrüder? Aber wie kann das denn sein? Das macht er ja wirklich kaum. Das fand ich sehr sympathisch. allgemein, dass er wirklich auf diese unterschiedliche Physis der beiden Brüder wirklich kaum eingeht. Ich meine, was er halt macht ist, du siehst die beiden und denkst dir erstmal, okay, Moog, also Josh Brodin wird wahrscheinlich derjenige von den beiden sein, der der Anführer ist. Aber nee, es ist halt J.D., Peter Dinklage. Und Peter Dinklage, der kann das auch richtig gut. Wenn Peter Dinklage in Komödie mitspielt wie Pixels, wie Knights of Bad Amsterdam, die sind nicht unbedingt gut, aber der kriegt das gut hin, dass er so diese Art von Proll spielt. Es wirkt wirklich so ein bisschen, Leute, ihr kennt mich als hier Lannister aus Game of Thrones und da bin ich natürlich eloquent und total smart und clever, aber seht mal her, jetzt bin ich mal so der Anti-Tyron Lannister und irgendwie, ich finde, ich gucke mir das gerne an. Ich mag es, wenn Peter Dinklage wirklich so ein bisschen gegen sein Image spielt. Das macht er sehr häufig, aber von meiner Seite aus kann ich das gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Ich finde, die beiden gehen so ein bisschen in die Richtung der Pinky und der Brain. Ja. Das ist ja auch schon ein bisschen der etwas tumbere, größere und der kleinere, der doch schon der intelligentere ist, aber jetzt auch nicht der hellste. Definitiv. Und vor allem, was mir auch nahe ging, ich fand es halt wirklich schön, dass sie Moog auch so gezeigt haben, dass er auch sich was aufgebaut hat in diesen fünf Jahren. Also er hat ja wirklich eine liebende Ehefrau und auch die hat ihre Vergangenheit. Also er nimmt ja auch die Beziehung und das Privatleben von Moog auch ernst. Das ist jetzt nicht so, dass das alles ein Gag für den Film ist. Das führt dazu, dass ich auch wirklich investiert war und auch wirklich wollte, dass es ein Happy End für Moog gibt und seine Familie. Und damit ist jetzt nicht unbedingt Peter Dinklitz-Figur gemeint, sondern wirklich seine Frau, die schwanger zu Hause hockt. Ja, auch wenn mir da eine Sache aufgefallen ist, also ich finde das super gut. Ich meine, Peter Dinklitz engagiert sich ja auch immer wieder und weist ja immer darauf hin, wenn Hollywood irgendwie mit Kleinwüchsigen das Stereotyp umgeht. Und ich finde, das macht er gut, was ich ganz kurios finde. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen nitpicky, aber die Darstellerin von der Frau von Josh Brolins Charakter, Taylor Page, die kennen jetzt einige vielleicht aus dem vierten Beverly Hills Cop. Da spielt sie die Mutter von, äh, die Mutter, hui, nein, spielt sie die Tochter von Eddie Murphy. Und wenn man jetzt mal guckt, wie alt Eddie Murphy und wie alt Josh Brolin sind, das ist nicht so weit von entfernt. Das heißt, wir haben hier den schon alten Josh Brolin, der eine Frau hat, die ungefähr, ich würde mal sagen, fast halb so alt ist wie er. Und ich finde, also auch wenn die beiden das in Ordnung spielen, aber die sind für mich kein Paar. Und natürlich kann man sagen, es ist völlig legitim, auch große Altersunschiede, aber dieses Klischee, was ein Hollywoodfilm doch immer zu sehen ist, dass irgendwie ältere Damen da zu selten irgendwie mit älteren Herren zusammen sind, sondern so alte Männer doch immer noch mal die junge, attraktive Frau kriegen, fand ich ein bisschen komisch. Kann ich verstehen, aber für mich hatte das die ganze Geschichte irgendwie was Altersloses. Also, klar, der Film macht ja schon, aber zu Beginn klar, der Anfang schon in den 80er oder 90er spielen, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass der Film sich wirklich ganz klar zeitlich positioniert und klar, Josh Bolian ist wesentlich älter als diese Taylor Page, aber mich hat das nicht so gestört. Ich verstehe den Punkt und das ist natürlich klar, warum ist Glenn Close die Mutter und nicht seine Freundin, das wäre ja auch machbar oder warum ist Marisa Tomei, wird ja auch wunderbar. Zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, vielleicht haben sie einfach genommen wegen der Schwangerschaft, vielleicht war das irgendwie, ich weiß es nicht oder ich kann es dir nicht sagen. Also, mich hätte es nicht gestört, wenn jetzt Marisa Tomei seine Freundin gespielt hätte und Taylor Page dafür halt die Frau mit dem Uran-Utan. Aber ja, hat mich tatsächlich nicht so tangiert, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich sehe deinen Punkt und ja, das kann man durchaus, da kann man durchaus nochmal den Finger drauf zeigen. Ich finde es auch immer schwer, das einem Film vorzuwerfen, weil das ja so eine systemische Sache ist, dass immer, also auch wenn man natürlich in letzter Zeit sagen muss, dass immer mehr auch wieder, ich würde sagen, etwas Älteres, ist mal die Frage, was älter heißt, aber ich würde sagen, so Schauspielerinnen über 40 auch prominente Rollen kriegen, das war ja mal eine Zeit lang ganz anders, dass dann irgendwie bestimmte ehemalige Stars, man denkt da vielleicht sowas wie an Jennifer Garner, die dann nur noch die Mutter gespielt hat, weil sie plötzlich zu alt war für die irgendwie gut aussehende junge Frau. Aber ich muss dann immer sofort an hier, den letzten, ich weiß gar nicht, welcher James Bond mit Danny Craig, das war, da traut Monika Bellucci auf, wo ich denke, Monika Bellucci und Danny Craig wären ja wohl ein hottest Paar, aber dann fängt da was mit Lea Seydoux an und ich immer denke, nee, nee, nee. Ja, das stimmt schon und da hat doch immer Daniel Craig glaube ich auch immer irgendwas zugesagt. Ich meine, oder bestes Beispiel ist hier Frost Gump, wo Sally Field, seine Mutter ist und sie ist glaube ich neun Jahre älter nur als er, also, aber letztlich ist es halt wie eine Traumfabrik, das ist eine Illusion und ich muss ehrlich dabei sagen, ich habe auch Moog und den anderen, JD, nie so als alt wahrgenommen irgendwie, also, ich habe Josh Brolin schon lange nicht mehr so jung erlebt wie hier. Das stimmt, das sind so zwei, also ich meine, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die beiden Hauptrollen von Seth Rogen und James Schrenko gespielt werden in dieser Ananas Express Manier. Ja, wobei, James Schrenko wurde ja glaube ich gecancelt schon vor einiger Zeit, das heißt, der wird erst in drei Jahren wiederkommen und Seth Rogen wäre mir glaube ich zu, also diese Art von Seth Rogen, ich finde die nicht furchtbar, aber sie hätte glaube ich hier nicht gepasst, also ich mag, dass Josh Brolin, der wirkt halt auch immer so ein bisschen verloren irgendwie, der wirkt auch immer so ein bisschen wie, wie so ein kleines Kind, das sich verlaufen hat so ein bisschen, aber trotzdem immer noch versucht, es gut zu machen und das ging, also das klingt jetzt ein bisschen blöder, aber wie er das gespielt hat, das ging mir auch teilweise zu Herzen so ein bisschen, also ich wollte, dass es dem gut geht, ich habe mit dem mitgefiebert, J.D., also Peter Dinkels Figur ist ganz klar die Figur von den beiden, die deutlich mehr darauf aus ist, einfach nur sich zum Lachen zu animieren, aber Josh Brolins Figur war für mich so der Kernmotor dafür, dass mir die Geschichte, obwohl die auch komplett hanebüchend und komplett simpel ist, aber dass die mir auch wirklich wichtig war. Erstes Herz des Films. Ja. So wie du das Herz dieses Podcasts, lieber Johannes. Nein, wir sind doch hier, sind wir dann ein Herz und eine Seele? Ähm, ja, aber wer von uns ist dann Ekel Alfred? Ekel Alfred ist der Ältere, oder? Ja. Du so zig schweig. Okay, wir sind völlig abgedriftet. Haben wir irgendwas noch zum Film, bevor wir zum Fazit kommen? Äh, ich überlege gerade, ich wie gesagt, ich finde es schade, dass er so, einfach so gedroppt worden ist, aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Film ist, der eine breite Masse gefällt, wegen seinem Offhumor, und wenn ich so gucke, bei Letterboxd kommt der ja auch nicht so gut an und, ja, aber trotzdem schade und, äh, ich bin gespannt, was der Max Berberkopf als nächstes macht, der kann einfach Komödie inszenieren, der kann vor allem auch so eine Chemie entfachen, also das ist ja auch für mich die große Stärke von Palm Springs, diese Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, das hast du hier bei Brothers auch wieder. Uh, da fällt mir tatsächlich noch einen Punkt an, wo du sagst, Inszenierung, weil wir haben ja in letzter Zeit viele Stream, Direct-to-Streaming-Filme, die einfach schuntig inszeniert sind, wo man wirklich merkt, dass es irgendwie nur das Minimalste, also, ich denke da an The Union von Netflix, ich denke da an Beifersucht auf Prime Video, ich denke da an Ghosted oder Argyle auf Apple TV+, wo man wirklich denkt, das ist so ein, das ist so runtergerotzt, wo ich das Gefühl habe, und ich bin jetzt kein Fan von Brothers, aber das ist ein Film, der ist inszeniert, da hat man, also da merkt man wirklich, da haben sich Leute Gedanken über die Sets gemacht, über die Kulissen, über Kamerawinkel, über, wie ist das, also, das ist, das ist irgendwie traurig, dass man das nochmal hervorheben muss, weil, wenn ich mir den Trailer auch hier von Red One angucke, dem neuen Film mit Chris Evans und The Rock, das sieht wieder grauenhaft aus, und das hier ist wirklich ein inszenierter Film. Ja, der hat auch so, so tolle Momente, wo er auch hat, ich bin ja, das wissen vielleicht einige, ich bin ja ein Fan davon, wenn man mit den Erwartungen spielt, und es gibt zum Beispiel gegen Ende auch eine Art Verfolgungsjagd auf einem Golfkurs, wo dann so ein Baumschredder, wie heißt diese, diese Apparatur, ne, vorkommt, und du hast das schon tausendmal gesehen, du weißt, okay, da wird irgendwas mit passieren, und natürlich, was erwartest du, dass da irgendjemand in diesen Spredder reinkommt, und alleine wie der Film damit, und zwar relativ nonchalant und wirklich auch nicht so radikal, aber er spielt damit, mit den Erwartungen, und das macht er allein echt gut, das ist wirklich toll inszeniert, mich hat er in den besten Momenten wirklich erinnert, so ein bisschen an Edgar Wright, wenn Edgar Wright Humor inszeniert, wie er mit der Montage agiert, ja, mit der Position, mit dem Blocking, wie die Darstellungen stehen, immer auch, wie die Darstellungen ihre Lines performen, da gebe ich dir vollumfänglich recht, dieser Max Berberkopf, der weiß wirklich, wie man ihn inszeniert, ich kann Leute verstehen, die sagen, Leute, das ist nicht mein Humor, das mit dem Uran-Utan, das war mir zu viel, und die Geschichte ist mir zu einfach, kann ich alles nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, der Film ist schlecht inszeniert, weil der ist super inszeniert. Finde ich auch, also für mich hat da vieles nicht so funktioniert, aber auch die Szene, was man ja auch im Trailer sieht, wo Peter Dinklage in die Badewanne geschmissen wird, und was danach passiert, das hat tatsächlich, das hat eine Bedrohlichkeit, oder auch im Kaufhaus am Ende gibt es eine Szene, wo auch mehrere Figuren hintereinander jagen, und da gibt es fast so, also One-Shot ist zu viel gesagt, aber eine relativ lang ungeschnittene Szene, wo man unterschiedliche Personen hin und her laufen sieht, wo ich gedacht habe, okay, also in so einem runtergerotzten Direct-to-Streaming- oder DVD-Film, da wird sich keiner so einen Aufwand machen, und das hier ist wirklich, hier hat man Ideen, also das ist ein Filmemacher, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist schon, das ist glücklich, traurigerweise. Ja, da sind so ganz viele kleine Details, es gibt zum Beispiel einen Moment, wo die Figur von Bretton Frazier ganz kurz oder einen Körperteil von dem Feuer fängt, und wie das einfach inszeniert worden ist, so einfach irgendwie, ja, da wird kein großes Behalterung gemacht, aber das ist schon, weiß ich, das hat meine Humornerven wirklich sehr häufig gekitzelt, und ja, ich habe nicht scheinbar loslachen müssen, aber es war, wie ich schon sagte, so ein inneres Lachen die ganze Zeit, und das finde ich, ist schon sehr, sehr viel wert. Dann können wir doch zum Fazit kommen, es sei denn, du hast schon alles gesagt, und möchtest es eigentlich nochmal sagen, nur jetzt in anderen Worten. Ich sage es mal so, ich habe dem Film jetzt bei Letterboxd nur drei von fünf Sternen gegeben, aber es sind wirklich sehr, sehr gute drei Sterne, und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal ein halber, vielleicht sogar ein ganzer Stern noch in Zukunft dazu wandert, weil ich bin mir sicher, Brothers ist irgendwie Palm Springs, den werde ich mir gerne nochmal angucken, wobei Palm Springs ganz klar der massentauglichere Film ist, aber allein für Josh Brolin, ey, ich fand's schön. Ich fand den Film nicht toll, aber ich fand den echt schön. Ich habe wirklich in mich reingelacht, sehr viel. Der hat einen total tollen Cast, der ist top inszeniert, es funktioniert nicht alles, und ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass Max Berberkopf die Zukunft der Komödie ist, aber ich werde mir auf jeden Fall weiter gespannt anschauen, was der Mann als nächstes macht, und hoffe wirklich sehr, dass sich Josh Brolin nicht unbedingt in den nächsten zwei Jahren, aber vielleicht in drei Jahren, dass er mal wieder sowas dreht, das war nämlich wirklich was, was sehr Schönes, und ich wiederhole mich nochmal, ich bin direkt erkältet, Brothers ist für mich sowas wie eine warme Hühnersuppe, das ist, das ist ein Hühnersuppe für die Seele, das war für mich Brothers, mit viel Off-Humor gewürzt, statt Mackey, und das hat mir sehr geschmeckt, das wäre mein Fazit zu Brothers. Ich fand den nicht so gut, aber ich finde, das ist so ein Film, also ich habe mich nicht groß gelacht, und selten gespunzelt, aber ehrlich gesagt, also ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt, und fand den auch nie aggressiv doof, außer vielleicht in so einigen Momenten, ich finde, das ist so ein Film, das ist ein durchschnittlicher Film, aber nicht auf dieser negativen Weise, also ich finde, das ist wirklich ein Film, das ist dieses, wo ich sagen würde, du hast nichts Besseres zu tun, an einem Sonntagnachmittag guck den, ich finde, das ist kein Film, wo ich mich groß drüber aufregen kann, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie nur gedreht worden, damit Prime Video halt irgendwie nochmal einen Film released, sondern das ist wirklich, ich glaube, da haben sich Leute gedacht, okay, wir drehen mal eine Comedy, die ein bisschen anders ist, und wir nehmen halt diese Star-Power, die wir geschickt nutzen, und funktioniert vielleicht nicht alles, aber warum auch nicht, also ich finde, das ist so ein Film, der tut keinem weh, und dann kann man sich halt angucken, und ich bin gerade überlegen, Comedian-Regisseure oder Regisseurin, so neue, gibt es da überhaupt irgendwas? Puh, es ist ja schwer, Leute zu finden, die einen Film gedreht haben, und dann nicht sofort vom Hollywood-System irgendwie vereinnahmt werden, für irgendwelche Franchise-Sachen, ähm, oh, fällt mir jetzt spontan niemand ein, ich bin mir sicher, es gibt welche, aber aktuell ist mein Kopf leer, ich denke, ich habe nur einen Hühlersuppe, ich habe Hunger. Bei mir fällt halt auch keine ein, dann bist du halt irgendwie wieder bei Edgar Wright, der aber ja auch schon einfach lange im, im System ist, und jetzt auch keine neue, kein neuer Name ist, also vielleicht, um jetzt nach Japan zu gucken, hier der Regisseur, der River, und, äh, The Infinite, äh, Beyond The Infinite Two Minutes gemacht hat, das ist nochmal so ein neuer Spin auf Komödie, aber sonst sieht es irgendwie dürftig aus. Aber es ist doch, glaube ich, ein richtiges Kollektiv, was dahinter steht, ne, meine ich. Ja, stimmt, das ist so eine Theatergruppe, aber ich glaube, einer gilt als Regisseur, da weiß ich nicht, wie da die, äh, kreativen Sachen sind, und sonst weiß ich auch. Und die Frage ist halt auch, also klar, die sind in Japan aktiv, aber ich weiß nicht, ob der ihre Art von Film machen, sich umsetzen lässt im Hollywood-System. Ich weiß nicht, ob du dann so was verbessert hast, und nicht falsch verstehen, ich finde beide Filme, äh, großartig. Ich bin sogar einer der wenigen, der sagt, River ist besser als Infinite Two Minutes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Hollywood funktioniert, oder bei Streaming. Ja. Uh, da für mein, letztes Jahr ist natürlich Bottoms erschienen, von Emma Seligman, da bin ich sehr gespannt, was die als nächstes macht. Stimmt. Da, der war, der war, der war auch super, ähnlich wie, äh, äh, Shiva Baby, der auch großartig war. Ja. Ha. Ja, ich, mal schauen, ich, ähm, ich hab hier Hoffnung auf diesen irischen Film, diesen Kneecap, oder Kneecap, der soll ja auch angeblich ganz witzig sein. Mal schauen, also, ähm, ich möchte jetzt hier keine Diskussion zum Ende noch starten, wegen Franchise-Kino, aber es ist nun mal so, das Franchise-Kino hat ja einige Probleme zur Zeit, ähm, und vielleicht nutzten andere Filme, oder Franchise, äh, nicht Franchise, oder andere Filme machen das jetzt ein bisschen, um nochmal zu zeigen, wie, wie wertvoll auch solche, mittleren Filme, oder mittelgroßen Filme sind wie Brothers, die vor 10, 20 Jahren dann noch in die Kinos gekommen wären. Wer weiß. Ich mein, zumindest ist dieses Jahr, ich hab ihn nicht gesehen, aber hier, ähm, Anyone But You war ja ein riesiger Hit, also, wie heißt er denn? Lügen haben kurze Bikinis, oder ich weiß, welchen du meinst, mit Glenn Powell und Sidney Sweeney, ja. Ja, genau, der war ein wirklicher Hit, also, ne, vielleicht ist das ein bisschen wieder so ein Comeback der Komödie, wer weiß, wir werden es sehen in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Aber vorher, hört natürlich immer weiter gerne den Tele-Stammtisch, uns gibt es überall, wo es Likes gibt, gebt uns sehr gerne Kommentare und positive Bewertungen, ihr könnt auf unserer Website vorbeischauen, ihr könnt bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen, natürlich auch sehr gerne, wenn ihr euch Brothers angeguckt habt und sagt, was ist du und Johannes da reden, was ist das denn für ein Müll, haut das gerne auf Discord rein und dann diskutieren wir da sehr gerne. Dann sage ich, glaube ich, einfach nochmal ciao, ciao und Stu, du hast das letzte Wort. Ja, dann danke dir, Johannes, für die Moderation, danke euch da draußen fürs Zuhören und ich sage einfach nur, gehabt es euch wohl und alles Gute, auch beruflich. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.